Und da gehen wir mal ein bisschen auf der Sitz, wo es schon viel stehen, 280 am ganzen Zentdecke geht, dann auf Engen, als auch Nico Thielen, und zwar auf dem von Arla. Sie sind bestimmt schon ein bisschen lang, oder haben so einen Camion gefahren, da wissen Sie doch vielleicht, das aber nicht. Nico kann uns weiterhelfen. Absolut, hier ist es im Stand vom Arla, den hat es hier auf einem flotten Eck. Auf dieser Platz ist es natürlich auch wichtig genug zu trinken. Du hundest auch auf der Fuerge nicht ganz flotte Anlagen für ein bisschen zu zappen, eine Wasserflasche voll zu machen. Und du, wie du jetzt schon, hast du gerade schon einen guten Karl Müll, und in diesem Fall ein Frappuccino, getrunken. Hei Umstand vom Arla bei mir. Du hast den Alain Schaag, der Präsident von Arla, oder auch den Chairman. Gute Mütisch. Ja, Gute Mütisch. Ein effektivster Chairman, weil es gibt Englisch geschwört bei Arla. Woher leid? Das ist auch international natürlich. Ja, ich meine, das Englisch könnte auch hier sein. Wir sind eine europäische Molkerei. Wir sind ein sehr diversiver Länder, wo wir Egentümer sitzen. Und natürlich, wo wir Bauern und die an der Genossenschaft Mitglied sind. Und dafür als ein Konzernspruch, das wir so nennen, als Englisch. Aber natürlich, wenn wir zu Lützebüch sind, sprechen wir auch mal diese Bauern Lützebüscher. Und dann sprechen wir das auch. Super. Wie viele Länder sind dran an der Arla? Welche europäische Städte? Na ja, wie gesagt, wir haben sieben Länder. Und das, die in Lützebüch sind nach Belz, Holland, Deutschland, und dann in Skandinavien, Dänemark, Schweden, und dann in England auch. Und zu Lützebüch, wie viel wird da produziert für Arla? Vom Gesamten, wo kann ich da etwas drauf suchen? Ja, ich meine, ich kann kurz zu sagen, ich habe für Lützebüch. Da repräsentieren wir 43 Prozent vom Lützebücher Müllischpool. Das ist die Lützebücher Müllisch, die wir produziert. Das sind rund 43 Prozent, die wir als Arla ansammeln gehen bei den Bauern und dann eben noch da Produkten verschaffen. Und ich meine, das tut auch seine Historie, für was? Weil wir in 2012, was für sie uns stattfindet, dass der Mauer die Zeit an Arla haut. Und natürlich, das waren früher Mauerbetrieber, die dann eben in 2012, was da zu Arla gingen, und dafür haben wir den Müllischpool in Lützebüch. Das ist doch noch zehnjähriger Geburtstag von Arla in Lützebüch. Ja, für Geburtstag haben wir auch noch ein ganzes Party. Ob der Fahrt, der gefeiert ging, dann noch von Arla. Gibt das Produktion für Lützebüch oder gibt es für Lützebüch auch exportiert von Arla? Ja, ich meine, das ist ein bisschen auch für Lützebücher Betriebe, ein bisschen die Nordele aus dem Sinn, weil wir in Lützebüch selber keinen Produktionsstandort haben. Einen Standort im nächsten Jahr, und das ist direkt zu Brunsfeld, also auch direkt ab 20 Kilometer von der Lützebücher Grenze. Aber das rüber in Deutschland, und dann ist das eben für Lützebüch in den Export von der Müllisch. Was aber noch nicht heisst, dass das alles exportiert von Europa rausgeht, ich meine, die Müllisch zu Brunsfeld, die können auch zurück in Lützebüch in die Form von UHT-Müllisch, das ist von haltbarer Müllisch, oder wo es auch an den Konsumenten verkauft wird. Aber offiziell ist das dann eben über die Grenze, also die deutsche Müllisch, die dann rüber in Lützebüch kommt. Aber für Lützebüch produziert, und dann die Produkte, da geht es natürlich auch heim, bei der Fahrer Grik Koltrums, die haben wir auch heim dabei. Da sind ein paar Sachen, vielleicht können wir ein paar, die nicht nur der anderen durchgehen, was von Arla produziert wird, und die noch heim durchaus findet zu Lützebüch. Genau, ich denke schon heil auch die Klänge, ganz klangene Schöntücher mitbrüchen von Produkten, die wir hier produzieren, und die noch an sämtlichen namenhaften Boutiquen in Lützebüch zu kaufen können. Wie gesagt, hier sind nicht die klangene Schöntücher, sondern hier tun wir noch ganz viele Käse, ganz breite Panoplie und Käse, die wir aber mehr an den skandinavischen Ländern, respektive auch mehr an den Export außerhalb Europas heraus verschaffen. Aber heil, das hier finden, an ziemlich an Lützebücher Boutique. Da fängt ein Journal sechstens, man denkt, das ist ein Produkt, das wir kennen, wie Streichkäse, den man auf den Schmier machen kann, Frischkäse, das tun wir ganz viel am Sortiment. Da hilft man eine Panoplie und trinken, Protein trinken, das ist auch ganz neu, weil das der Wert leitet, nicht ganz wenig Zucker, aber relativ heiliger, ganz heiliger an den Proteiner, das ja auch an den neuen Ernährungsstil, wie ihn nach draußen hin vom Konsumateur verlinkt, eine große Influenz wird. Und dann haben wir oft die traditionelle Heilslobio-Müllung, die konventionelle Müllung am Liter, das normale Produkt. Und dann haben wir eine Woche nach ein neues Produkt, mittlerweile auch schon mit 2016, als das Produkt neu rauskommt, das Skier, das ist das, das ist ein ganz neues Rezept, das wir für Europa auch ein bisschen wie oben liefen. Und dann ist der Joghurt, der sich groß unterscheidet von dem traditionellen Joghurt, den wir kennen, weil er nicht wesentlich mehr Zucker hat. Er hat wesentlich 110 Gramm Zucker. Und dafür hat er mehr batterische Geschmack, als aber eben den Armenden für unsere heutige Ernährung besser passen, weil wir nicht mehr so zuckerlastisch sind. Und vielleicht mehr ein authentischer Geschmack, auch weil der Mann noch Zucker dran ist, wie es euch natürlich gibt es Schmache. Genau, er könnte mir eine Basis zurück und dafür, wenn das für dich erklärt, die Geschmache gibt es nicht mehr Schmacht, weil wir einfach nicht den ohne Zuckergeschmack gewinnt sind. Aber das ganze Naturprodukt und ganz neuen natürlicher Geschmache. Es geht zurück bei der Natur, jetzt können wir durch. Wir gucken, was wir haben. Wir haben eine nordische Kirche und eine Sandtornbeere. Das sind interessante Kuchen dabei. Nordische Sandtorn, das sind noch ein bisschen die Originen. Ursprünglich können alle aus Dänemark und dann es international gehen. Genau, das ist ein Ursprung aus Dänemark. Schweden und Schweden mehr rauskommen, auch in Zentraleuropa, wo wir dann eben in europäischer Molkerei mit den Ursprungs aus Dänischen und so viele Produkte direkt in der Relation mit skandinavischen Produkten. Das ist auch ein bisschen ein Sortiment, wo das skandinavisch einfach ein bisschen durchkommt. Wir testen, soll man vielleicht die Sandtorn abmachen? Dann gucken wir wie die ist. Die kann ich natürlich schon im Umstand probieren. Ich fahre noch selber ein Keier. Ich denke, es ist wichtig dabei zu tun, das ist wichtig wie ich los muss, dass ich ihn für das erste Mal gut rühren. Weil die Früchte, die sind innen dran, sonst würde ich wirklich schnell in der Batere Reue Joghurt in den Ueven drauflegen. Das muss ich gut rühren und dann ich meine 100 Neues dabei für den gut zu schmecken. Das ist Schrift. Das macht skandinavisch nordisch. Das ist gut bei der Wärme wie der Sandtorn. Das ist auch nach fertig. Das ist so, dass wir viel von der Natur geschwäht, von einem Zirk, bei der Authentisch und auch nicht zusätzliche Zusatzstoffe von Arlen. in der Landwirtschaft produzieren. Ich denke, wir wollen Lebensmittel produzieren für die Weltbevölkerung. Wir versuchen die Lebensmittel gesund zu produzieren. Das ist wichtig, Landwirtschaft für die Welt zu ernähren. auch gesund und natürlich älterweise. können wir ein ambitiös Ziel für die Neutralität bis 2015. Wie ist das für den Plan umsetzen? Das ist eine Grundphilosophie. Es ist natürlich produziert. Es geht viel an Gesprächen. Es geht nachhaltig. Wir als Bauern haben die Idee 2019. Wir wollen eine nachhaltige Strategie rüber. Das hat sich entwickelt in den letzten zwei Jahren. Bis 2050 wie die europäischen Ziele produzieren. Wir wollen einen Startschuss setzen. Wir wollen den betriebsindividuellen Klimaschicken. Wir wollen individuell durchleisten. Wie können wir das verbessern? wie die nachhaltige W für die Zukunft gestalten? Ich möchte die Vision noch von Landwirtschaftsministerium in der Landwirtschaftsministerium auch um den Stand von Arlen. Mit Zielen haben wir eine große Landwirtschaft. für die Landwirtschaftsministerium Lokale Landwirtschaftsministerium die Landwirte unterstützen. Ja, Ich denke, zumal muss ich wissen, wir sind in einer Kunstregion für Milch zu produzieren. Wir sind an einem Gringland-Standort. Es ist nicht fair, wenn man Hautei hat, ganz oft verdrängt als Milchproduzent. die verknaschen. Wir wollen feststellen, das ist nicht so. Im dritten Jahr haben wir einen Klima-Check gemacht. Es stellt sich klar, dass wir den Klima-Impakt einen halben Aufstoß und einen halben Fausaufdruck von der globalen Welt für Milch zu produzieren. Das ist da, wo wir einen Akzent als Bauern ausgerichtet sind. Da muss man für die Zukunft promovieren. Wir wollen noch nur, dass wir als Betriebe auch ausgerichtet sind. Das ist ein Schlüssel für Lokale, für die Leute. Da sind auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft natürlich Produzenten, die noch haben. Vielen vielen Dank Alain Schrecke von Arlais und zurück in Studio Camille. Das ist Das ist was das ist das 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 auch was das das das